Leute, wir könnten von komplett der anderen Seite des Schlugfelds kommen und uns dann schrittweise vorarbeiten. Von oben. Ja. Von oben. Ja. Helikopter? Von Norden. Von Norden nach Süden. Nein, nicht Helikopter. Von Norden nach Süden. Wir könnten noch rein theoretisch zur Militär-A-Base dort ein paar Jets uns holen und niederbomben. Das natürlich auch, aber dann müssen wir jetzt erstmal die Air-Base schreien und dann werden wir bestimmt auch weggeschossen. Ah, das geht schon. Aber was ist denn eine Shotgun? Wir fahren vielleicht mal getrennt. Okay. Weil ich habe das Gefühl, wenn die alle gezielt auf einen Wagen ballern, wo wir alle vier drin sitzen. Ah, je tata. Meins, meins, meins. Ich fahre jetzt mal nach Norden hoch. Wir machen das, was Gibi gesagt hat. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Also ich bin für Offroad gerüstet. Ist es ein Ford? Es scheint ein Ford zu sein. Hey, Gibi. Tolle Maske. Das Gute ist, wenn ich jetzt da reinfahre, ziehe ich ja schon... Ja, ich weiß, ob wir uns vielleicht auf uns warten sollen. Ja, aber vielleicht schon... Warte mal, ich glaube, ich bin gerade an der Einfahrt vorbei. Upsi! Hey, brauchen wir einen Traktor? Nein. Schade. Aber ein Traktor wäre doch viel cooler. Ja, der... Ja, klar. Ich kann gerne den Traktor mitnehmen. Er ist neben mir. Mit dem Flug. Also gleich die Toten begraben und so, ne? Oh, ich fahre mal da lang. Au! Ich komme! Gib mir eine Sekunde. Bin gleich da. Die Armbauern. Entschuldigung! Muss hier kurz durch, bitte. Dankeschön. Da sind wir vielleicht hinter dem Container gut aufgestellt. Ja. Ich bin gleich da. Braucht nur nichts. Mit guter Ansatz. Der hat die falschen Reifen drauf gebaut, eindeutig. Können jetzt auch schon das Feuer eröffnen, Leute. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Oh, kann ich... Was soll das? Entschuldigung! Okay. Ähm, Leute, schießen. Ich bin gar nicht... Ja, ich schieße... ...auf nichts, momentan. Keep it up down there. The more noise you make at the Airstrip, the more plausible the cover story becomes. Boah, die rennen da durch. Ja, ja, die kommen zu uns. Scheiße. Keine gute Idee, keine gute Idee, keine gute Idee. Musst du vor mir stehen! Es tut mir leid. Ich hab dich nicht gesehen. Leute, im Zweifelsfall Schutz suchen, ne? In der Autos und so. Ah, die kommen ja von da! Uah! Versteckt euch! Das ist gleich... Heuballen ist nicht so die schlauste Idee. Gute Nacht! Der hat vor mir gerade ein Auto mit ihnen gespawnt. Gibt es Medi-Kick? Ah! Oh nein! Ah! Ich lieg drunter! Hilfe! Ich lieg drunter! Oh nein! Oh, ich bin gleich tot! Das ist nicht gesund, habe ich gehört. Wenn man stirbt, ist das selten gesund. Nee, ich glaub, das ist nie so wirklich gesund. Ich glaub, da kriegt man noch Krankheiten. Wenn man tot ist? Ja. Gute, hast du drüber gesprochen. Bleib mal stehen! Ja, also, ich muss sagen, ich hab das Gefühl, es funktioniert hier jetzt ganz gut. Ich bin hier ganz gut, ja, du hast recht. Und dieses Auto ist schon explodiert, da kann uns auf alle Fälle nichts mehr passieren. Das andere ist halt noch nicht explodiert. Alter! Ich schleiche mich mal langsam vor, gib mir Rücken weg. Vorsicht, das Auto voraus. Außenrum, überall! Wir sind im Kreis, man muss sich durchfahren. Wuhuhuhu! Wieder zurück, wieder zurück, wieder zurück, wieder zurück. Feuer frei! Lasershow! Was ist denn da alles? Rohrbomben, Krähingas. Alles rein, Björn. Alles rein. Leben macht Problem, wenn du zu hinten wohnst. Achtung, von rechts versuchst du zu kommen. Rechts, rechts oder links? Rechts, rechts, aber ich glaub, die sind schon wieder aufbleiben. War nur ein Pass. Uh! Vorsicht! Alles gut, ich hab hier alles unter Kontrolle. Wie denn? Glaub ich. Auf den Schlüsselordnern, dann läuft alles. Nein, ich sollte vielleicht wieder in Deckung gehen. Oh nein! Ist schon jemand gestorben von uns? Nein! Okay. Aber wir haben kein Leben mehr. Okay, jetzt haben wir kein Leben mehr. Jetzt haben wir gar kein Leben mehr. Nein! Aber es ist der richtige Ansatz. Es ist der richtige Weg, ja. Die Frage ist, wenn wir alle vier Autos haben, können wir uns rein theoretisch in die Burg bauen, oder? Eine Autoburg? Ja! Also eine Kissenburg. Das ist eigentlich richtig. Hat er recht. Oder wenn wir vier Autos auf die Länge verteilt hinstellen, dass jeder hinter einem Schutz suchen kann. Dass sie sich nicht auf einen Punkt konzentrieren, sondern ein bisschen mehr verteilen, dass jeder von der Seite draufballern kann. Ähm, ja, wir müssen nur eins machen. Wir sollten sie vorher in die Luft jagen. Ja, das wäre vielleicht schlau. Aber das sind wir Granaten. Genau. Wir machen es so. Wir stellen die vier Autos auf, aber weit genug entfernt. Ja. Setzen über, äh, setze ich eine Haftbombe dran und lasse alle gleichzeitig hochgehen. Ja, das ist eine gute Idee. Komm, ich bin mit der 15.000, Baby. Sehr schön. Wir haben 37 Minuten gebraucht, um auf diese Idee zu kommen. Du meinst 40 Minuten nach meiner Mutter. Ja, ja, gut, bei dir sind es 40 Minuten. Aber ich habe die Richtung schon ein bisschen länger aufgenommen. So, warte mal. Ich brauche jetzt erstmal einen schönen großen Bulli. Weil ich brauche irgendwas zum Verstecken und ich bin dick. Ich kann relate. Da kommt mein Bulli. Ja, mein Bulli steht. Eigentlich ist so ein, äh, großes... Habe ich mein Bulli angefallen? Bulli? Ich glaube, der ist weitergefahren. Verdammt, das ist aber doch nie erwischt. So, haben wir angehalten, Gürtens. Mann, wollte ich verarschen. Ja, endlich angehalten. Ja, der ist auch angehalten, der da links. Erlässt den ganz viel. Der won't die. Oh mein Gott. Ein Traktor wäre ein guter Schutz. Ich suche einen Traktor. Traktor ist halt echt dick, ne? So, wie fährt man? W, A, S, D. Nein, ich bin am Gamepad. So, äh, einfach mit, äh, mit Erdgas geben. RT. Mhm, wie fahre ich jetzt? Ach so. Au! Okay, Gang. Let's not splitter. Okay, seid ihr, seid ihr alle unterwegs? Ja, ja. Autokorso. Autokorso. Warte, warte, warte. Traktor. Bleib stehen. Wer? Alter. Alter. Komm zurück. Weiß gar nicht, warum die hier weglaufen. Au! Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Sehr gut. Bam. Was macht ihr? Ja, Gibi hat sich noch einen, äh, Truck geholt. Ach so. Der Traktor fährt hier nicht mehr rum, leider. Äh. Ah ja, fahren wir. Wir müssen so ein bisschen ausrum fahren. Ja, ein bisschen ausrum. Hi! Wir fahren wieder durch die Rimmel, das hat ganz gut funktioniert. Gut. Oh, die Heubballen sind ja sehr fest. Mist. Ja, die sind. Wo fährst du denn hin, Gibi? Das ist der falsche Heubballen. Ähm. Du bist schon unter der Autobahn. Ja, das weiß ich natürlich. Weißt du, ich war schon weit weg, aber du? Ja, ja, ich übe nur ein bisschen fahren, oder? Ja, das ist vielleicht auch keine blöde Idee. Fahrtraining. Eigentlich bin ich ja nur auf der Traktorsuche, weil das wäre ein guter Cover. So, jetzt bin ich auch auf der Autosuche. Ah, okay, da kann man durch. Ich komme halt von sehr weit hin. Das ist ganz, ganz vorsichtig, was ich... Da bin ich noch nie durchgefahren. Komm ich aber auf dem Fuß? Au! Aber warte mal, da ist doch eine Scheune. Kann man da mit einem Scharfschützen, einem Gewehr, oder? Hallo! Wollt ihr eine Lasse kaufen? Au! Habe eine gute Lasse! Ich habe einen Stahl-Town ingebaut. Habe eine gute Lasse, oder? Oh Gott! Hallo! Kann man da hoch? Bestimmt. Wenn man es wirklich will, bestimmt. Ich bin jetzt auch da. Ich bin jetzt auch da. Ich bin jetzt auch da. Ich bin jetzt auch gleich da. Ja, irgendwie. Alles ändert. Ich bin jetzt auch da. Ich bin jetzt auch da. Ich bin jetzt auch da. Bis zum nächsten Mal.